Moin, der Wolfgang vom schönsten Nordeuropas St. Peter Ording mit Spielwaren Mondenkind. Du kennst Rosat? Ja, du kennst Rosat Xtreme. Okay, beide richtig gute Spiele, richtig, richtig gute Spiele, aber könnte nur zu dritt oder mehr spielen. Bei Würfel Wizard ist das anders. Das könnte auch zu zweit spielen und ist ebenfalls ein tolles Spiel. So funktioniert es. Stell dir vor, du befindest dich im Unterricht für Vorhersagen, für Weissagungen und zwar auf einer ganz renommierten Zaubererschule. Du versuchst herauszufinden oder am bestenfalls ganz präzise und genau vorherzusagen, wie diese sieben Würfel fallen werden. Und wenn dir das neunmal gelingt, neunmal präzise vorherzusagen, dann hast du dieses Spiel gewonnen. Sollte niemand anders, ja, sollte niemand anders schneller gewesen sein und es ihm gelungen sein, diese neun Vorhersagen zu treffen. Also Aufgabe, neun präzise Vorhersagen. Jeder Spieler erhält ein solches, ja, ein solches Arbeitsblatt für den Unterricht. Hier trägt er seine Vorhersagen ein. Und zwar bin ich der Meinung, dass ich dreimal blau würfeln würde. Dann würde ich hier einen Kreis machen bei dreimal blau. Für viermal gelb würde ich hier einen Kreis machen. So, das ist gelb und zwar viermal. Und wenn ich der Meinung bin, ich würfel einen roten, dann mache ich hier einen Kreis bei rot und eins. Die sechsseitigen Würfel, sieben Stück gibt es im Spiel. Wir sitzen erst einmal die Farben blau, rot, grün und gelb. Blau, das Zeichen für die Menschen. Rot, das Zeichen für die Zwerge. Grün, das Zeichen für die Elfen. Und gelb, das Zeichen für die Riesen. Zwei weitere Zeichen haben wir noch. Dann ist einmal dies hier, der Wizard, das Zeichen für Magie. Und die Narrenkappe, das Zeichen für den Narren. So, als Beispiel ein Spiel für zwei Spieler. Spieler 1, Spieler 2. Spieler 1 ist der Seher, bekommt die Seherkarte. Der Spieler 1 gibt jetzt vor oder sagt, was er denn glaubt, als nächstes zu spielen. Er sagt, er würde jetzt, sagen wir mal, viermal gelb werfen. So, er sagt also an, am Ende seiner drei Würfe, drei Würfe hat er, wird viermal das gelbe Symbol zu sehen sein. Von sieben Würfeln wohlgemerkt. Spieler 2 muss einen Tipp abgeben. Der darf nicht gleich dem Tipp sein, den vorherige Spieler schon getroffen haben. In dem Fall sind wir ja nur zu zweit. Also er dürfte jetzt nicht viermal gelb sagen. Sagen wir mal, der sagt, ich mache jetzt dreimal grün. Dreimal grün. Umkreist das, um seinen Tipp zu kennzeichnen. Nachdem jeder Spieler seinen Tipp getätigt hat, muss er sehr festlegen, was der Wizard, sprich das W auf dem Würfel, für eine Farbe haben soll, sagt er nichts an, nimmt der Wizard automatisch die Farbe seines Tipps an. Genauso gut könnte der jetzt sagen, das ist jetzt, was weiß ich, grün. Um dem grünen Spieler, naja, mehr grün zu bescheren, als der vielleicht haben möchte. Aber würde er jetzt nicht machen. Der Spieler sagt, das hier soll gelb sein. Er nimmt alle Würfel und würfelt. Hoppala, alle Würfel. Natürlich. Er würfelt mit allen Würfeln. Das wäre jetzt der Wurf. Was haben wir? Wir haben viermal rot, einen Narren, einen Wizard, zweimal grün. Angenommen, Spieler 2 würde jetzt sagen, okay, das reicht mir. Er hat drei angesagt. Zwei sind gewürfelt worden. Er müsste die Differenz zwischen seiner Ansage und dem, was gewürfelt wurde, jetzt hier eintragen. Also in dem Fall eine Eins. Drei hat er vorher gesagt, zwei wurden gewürfelt, die Differenz ist eins. Das wäre allerdings ein Minuspunkt. Bleibt er drin oder hört er auf? Weil der Seher muss jetzt sagen, wie es weitergeht. Der Seher hat ja den Magier bzw. den Wizard als gelb definiert. Den wird er wahrscheinlich draußen lassen. Er bleibt drin. Er zockt, er bleibt drin. Das heißt, der Spieler, der den Seher hat, würfelt ein zweites Mal. Wow! Was hat er gemacht? Er hat jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf Mal gelb. Wenn er jetzt aufhören würde, müsste er auch eine Eins dort eintragen, weil die Differenz zum Vorhergesagten und dem, was eingetroffen ist, ebenfalls eins beträgt. Er wird aber noch einmal würfeln. Das weiß er auch. Wenn er jetzt aufhört, hätte er keine Eins mehr. Er hätte hier eine Drei stehen. Es ist nicht ein grüner gefallen. Der Seher würfelt noch einmal. Er bleibt im Spiel, allerdings jetzt nur mit drei Würfeln, in der Hoffnung, dass diese drei weder Magier bzw. Wizard-Symbole noch gelb würfeln. Und das macht er. Er würfelt. Jawohl, hat geschafft. Das hat er geschafft. Das heißt, der Seher, ein Kreuz für erfolgreiche Vorhersage und streicht hier einen dieser Kreise ab. Ihr erinnert euch, neun getroffene Vorhersagen oder erfüllte Vorhersagen bedeuten den Sieg. Er braucht nur noch acht. Dieser Spieler hat drei Grüne vorhergesagt. Es ist nur ein Grüner gekommen. Das heißt, wäre er doch besser beim ersten Mal ausgestiegen. Er trägt hier die Differenz von zwei ein. So. Und bekommt aufgrund dessen, dass er der Spieler ist, der die höchste Vorhersage in der Nicht-Seher-Farbe getroffen hat, jetzt die Seher-Karte und wird neuer Seher. Angenommen, der hätte jetzt auch gelb vorhergesagt, nicht vier, weil das geht ja nicht, aber er hätte ja auch sagen können, drei, zwei, ein oder fünf gelbe. Dann wäre die Seher-Karte bei ihm geblieben, weil du musst eine Fehlfarbe haben. Du musst eine Fehlfarbe vorhersagen und dann auch noch die höchste Vorhersage haben, weil angenommen, der hat jetzt drei Grüne und ein anderer hätte vier Grüne vorhergesagt, dann würde der der Seher werden. Gut. Er sagt an. Ja, was sagt er an? Der sagt an. Fünfmal blau. So. Fünfmal blau sagt er an. Fünf. Dann kommt hier ein Kreis und aufgrund dessen, dass er fünf Blau haben will, sagt er, da wird bestimmt eine Menge Blau fallen. Ich nehme dreimal blau. So, das bedeutet, der Seher würfelt. Er würfelt. Ah, stopp. Ja, genau. Er hat ja nichts angesagt, habe ich ja vorhin gesagt. Wenn man nichts ansagt, ist der Wizard automatisch blau. Das heißt, zwei Blaue hat er schon. Er bleibt drin. Er bleibt erst recht drin, weil ihm fehlen ja noch einige. Was hätte es denn hier mit auf sich? Ah, kommen wir später zu. Kommen wir später zu. Erzähl ich euch noch nicht. Nein, erzähl ich euch noch nicht. Wir sprüfen weiter. Ja. Dreimal blau. Er steigt aus. Er hat dreimal blau erfüllt, bekommt ein Kreuz und einen zweiten Kreis gekennzeichnet. Er muss drin bleiben. Er ist noch in der Differenz. Das heißt, er würfelt. Jawohl. Seht euch das an. Eine Punktlandung. Auch sein Wurf wurde erfüllt. Er bekommt ein Kreuz, einen ersten Kreis gefüllt und hat auch seine Vorhersage erfüllt. Jetzt, er wird Seher. Wie ich gerade schon sagte. Dieser Spieler hat ebenfalls blau vorhergesagt. Das ist die Farbe des Sehers gewesen. Das heißt, die Seherkarte bleibt beim vorherigen Seher liegen. Es ist niemand anders, der eine Fehlenfarbe vorhergesagt hat. Das heißt, hier bleibt der Seher. So, für den folgenden Fall konstruieren wir uns das. Nehmen wir mal an, der Spieler 2 hätte gesagt, fünfmal gelb. Und nehmen wir wiederum an, Spieler 1 hätte daraufhin geantwortet, zweimal rot. So, im Laufe des Spiels hätte der Spieler, wir nehmen wieder weiterum an, dass der rosa gelb ist. Und wir nehmen an, dass im Laufe des Spiels hier zwei rote irgendwie gefallen werden. Und Spieler 2, bzw. Spieler 1 hätte seinen Auftrag erfüllt, hat sein X bekommen. Das Problem, dass Spieler 2 hat, er hat nach dem zweiten Wurf nur zwei gelbe gehabt. Würfelt noch einmal. Und nehmen wir an, das wäre hier der Fall gewesen. So, dann hätte er jetzt vier gelbe und würde hier in der Differenz eine 1 eingetragen bekommen. Weil der dritte Wurf, dritte Wurf ist vorbei, er hat vier gelbe, hat aber fünf vorhergesagt. Und er möchte das nicht. Jetzt hat er hier einen Narren gewürfelt. Hier oben gibt es einen Narrenspalter. Ihr könnt für jede Anzahl an Narren von einem Narren über zwei, drei, vier oder fünf Narren einmal eine solche Narrenwertung machen. Das heißt also, er hat jetzt einen Narren gewürfelt. Er könnte jetzt hier dieses Feld, einen Narren, abkreuzen. Das zählt ebenfalls als eingetätigter Wurf, bei dem die Vorhersage eingetreten ist. Und hier, in das eigentliche Vorhersagefeld, kommt kein x, sondern eine 0. Das bedeutet, alle Differenzwerte werden auf 0 gesetzt. Der ist zwar nicht wirklich eingetreten, ist aber auf 0 gesetzt. Aber da das x gesetzt wurde, zählt es ebenfalls als ein Vorhersage eingetroffen. Ein weiteres Mal könnte er das nicht mehr mit einem Narren machen. Er könnte etwas mit drei Narren machen. Dann würde dieses Feld abgekreuzt werden. Jede Narrenwertung von 1 bis 5 darf nur einmal stattfinden. So, das ist jetzt das Spielende. Spieler 1, Spieler 2. Wir zählen zusammen. Das heißt, wenn man neun oder mehr Vorhersagen erfüllt hat, bekommt man drei Punkte. Spieler 1 hat das nicht. Er hat nur acht Vorhersagen. Das heißt, hier wäre eine 0. Spieler 1 hat in der 1er Spalte zwei Vorhersagen erfüllt. Das heißt, er bekommt 2 mal 1 sind 2 minus 1, einen Punkt in der 1er Spalte. Er hat eine 2er Vorhersage erfüllt. 1 mal 2 sind 2 minus 0 macht 2 Punkte. In der 3er Spalte. Zwei Vorhersagen erfüllt. Das heißt, 2 mal 3 sind 6. Minus 2 macht 4. 2 mal 4 sind 8. Minus 1 sind 7. Minus 1 sind 6. Und 1 mal 5 macht 5, minus 2 macht 3 Punkte. Spieler 1 besitzt also 1, 3, 7, 10, 16 Punkte. Spieler 2. Spieler 2 hat es geschafft. Er hat neun Vorhersagen erfüllt, bekommt diese drei Bonuspunkte. Er hat 1, 2 mal 1, das sind 2 Punkte. 1 mal 2 minus 1, einen Punkt. 1 mal 3, minus 3, 0 Punkte. 2 mal 4 macht 8. Minus 2 sind 6. Und 1 mal 5, minus 3 macht 2. Er besitzt also 5, 6, 12, 14 Punkte. Und Spieler 1 hat das Spiel gewonnen. Diese Sonderkarten könnt ihr noch mit einfließen lassen. Die modifizieren die Spielregeln noch etwas. Also da wäre beispielsweise der erste Wurf erfolgt vor der Vorhersage. Das heißt, bevor du bestimmst als Seher, was die Wizard-Farbe denn ist, wird einmal vorher gewürfelt. Zweiter Wurf muss mit mindestens drei Würfeln erfolgen. Erst dann dürft ihr aussteigen. Hm, du kannst danach gar nicht aussteigen nach dem ersten Wurf. Nein, es muss noch ein zweiter Wurf erfolgen. Mit mindestens drei Würfeln. Oder, jeder darf ein gewertetes Feld in der Farbe seiner Vorhersage und damit die Minuspunkte streichen. Oder, nach der Vorhersage des Seers machen alle anderen Spieler ihre Vorhersage gleichzeitig aber geheim. Das heißt, der Wizard, der Seher, der Seher kann nicht so ein bisschen tricksen mit dem Wizard. Weil, also mit der Anzeige des Wizards, der Farbzuordnung, weil er nicht weiß, was die anderen für Vorhersagen getroffen haben. Und so weiter und so weiter. Das Ganze macht das Ganze noch abwechslungsreicher. Tolles Spiel, tolles Würfelspiel mit etwas Strategie und einer, ja, nicht ganz unbedeutenden Summe an Glück, die ich brauche. Gut, bleibt gesund. Habt viel Spaß damit. Also wir haben es auf jeden Fall und das schon seit Monaten. Bleibt gesund. Und liebe Grüße vom schönsten Nordeuropas, der Wolfgang. Ciao.